Platz Moderator Ja, wollen wir mal gucken, was sich da hinter verbildet Da ist ja nur der Türk drin Ey, was sagst du da? Vorsicht, wie stehst du? Vorsicht Der meint ihn Andreas Hallo und herzlich willkommen hier zu TV Türk Ich bin Andreas Türk und ich bin viel jugendlicher und spontaner als all meine Gäste Okay, so, hush, hush Kasia, ich denke, es ist nur zwei Ja, ja, ich stehe ja schon Bülent, Sie kommen mit, ja? Wenn du gehst raus, ich gehe auch Und du, Schlamp-Rätik Oh, ich glaube, ich muss kein Handy klingeln Das wäre wie Schäfer, neue Show mit Bülent Okay, Carla, was hat Bülent in der Sendung Echte Männer können immer denn so von sich gegeben Mensch, ich bin heute wieder besonders locker Ja, also, der Bülent hat da gesagt, dass er mit der Sarah so drei bis viermal am Tag Sex hat Am Tag? Schön wär's, der Spinner, das kann man unser Monatspensum Niemand macht das öfter mit meiner Frau Insgesamt, Frank, also wenn ich das mal so spontan fragen darf, so bin ich halt Insgesamt ist das bei dem Bülent ja noch viel mehr Ey, was? Ja, locker raus damit, hier bei TV Türk Na, er hat da erzählt, dass die Hauptfrau nur so drei bis viermal am Tag will und das reicht ihm natürlich nicht und deshalb hat er noch so fünf bis sechsmal mit seinen Nebenfrauen Ey, wie bitte? Was hat er erzählt? Ey, dem erzähl ich jetzt mal was, hol den mal rein Ja, ich kann mir ja mal so spontan den Bülent wieder reinholen, indem ich hier einfach die Tür aufmache Ja, ich übernehme das mal wieder hier So, Marco, du mach mal das Türken von außen zu, ne? Da war er, machen wir uns wieder die Türkenbomse Die Türkenbomse